Die Special Olympics sind eine Idee, die die Inklusion in den Mittelpunkt stellt. Menschen mit besonderen Bedürfnissen haben durch den Sport die Chance, auf der ganzen Welt aktiv zu sein, sich miteinander zu messen, miteinander in Kontakt zu kommen. Und das hat auch einen besonderen gesellschaftlichen Mehrwert. Das erlebt man hier in Graz am Hauptplatz, jetzt beispielsweise bei der Siegerehrung. Das ist wirklich berührend und anrührend, was hier abgeht. Mein Name ist Janine Merzendorfer und ich bin bei den Special Olympics dabei, bei den Siegerehrungen am Hauptplatz als Volunteer. Heute bin ich dafür verantwortlich, dass wir da die Medaillen herrichten, die die Athleten dann auf der Bühne überreicht bekommen. Es ist einfach ein einmaliges Event und wenn es da stattfindet bei uns, dann ist es natürlich naheliegend, dass man sich da einbringt und dabei ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.